Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 nachkommentiert und heute haben wir ein Gameplay von Basti-III auf der Playstation 3 sehr gut erspielt und werde euch natürlich im Hintergrund wieder was geiles erzählen. Er spielt heute mit der M8A1 und macht gute Kills. Habe ihn zufällig gesehen und dachte einfach, hey das Gameplay muss ich doch einfach nehmen. Er ist ein sympathischer Typ und macht eine gute Strecke hin. Na klar, am Anfang kackt er ein bisschen ab wie immer, aber im Laufe des Spieles entwickelt er sich langsam zu einem guten Spieler. Ja, so, warum ich heute dieses Gameplay mache ist ganz einfach. Es geht mir heute um die USA, um Edward Snowden, den ihr wahrscheinlich alle schon gehört habt und einfach was da zur Seite los ist in den USA. Die USA ist ein großer Verbrecher. Und zwar, was viele nicht wissen, die USA besitzt eine sogenannte Todesliste. Auf dieser Todesliste stehen ganz, ganz viele Namen von Menschen, die getötet werden dürfen. So, klingt natürlich jetzt ein bisschen verrückt. Was? Getötet werden dürfen? Was erzähle ich denn da? Das ist eine Liste, da stehen Namen drauf, von hauptsächlich islamischen Namen. Darauf steht zum Beispiel Abdullah Hamullah, darf getötet werden, ohne dass dieser Staat ja sozusagen irgendwelche Konsequenzen bekommt oder sowas. Das ist für mich ein ganz großes Verbrechen. Absolut, was hier passiert ist ein Verbrechen. Was fällt in den USA eigentlich ein? Zum Beispiel bei den Drohnen. Das sind diese komischen, unbemannten Fahrzeuge, die von irgendwelchen Soldaten gesteuert werden, die tausende Kilometer in den USA hocken und dann unschuldige Leute töten. Das heißt, die sind am Bildschirm, ah, da ist ein Fahrzeug, jetzt ballern wir mal eine, 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 eine Hellstorm-Rakete auf dieses Fahrzeug. Da gab es wirklich schon Zwischenfälle, da wurden Kinder getötet, Familien getötet, einfach so, weil es diesen Amis Spaß gemacht hat, die Leute zu töten. Die haben da unten Leute gesehen auf der Straße und haben natürlich gedacht, ach komm, das da unten, das sind alles Terroristen, die müssen wir mal töten. Ja, ja, Leute, das ist so. Die USA ist da ganz hart, muss man sagen. Und das ist für mich schon kriminell. Und Obama hat zwar eine schwarze Hautfarbe, aber in Wirklichkeit ist Obama, äh, ja, man muss es wirklich so sagen, ein Mörder. Ein Mörder, der schick verpackt ist in einem Anzug und, ähm, ja, das ist nun mal so, wir leben halt in einer Welt, wo Mord zum Alltag gehört. Das ist halt was Furchtbares und zur Zeit ist es ja so, dass Edward Snowden, der, der diese Enthüllung gemacht hat, mit diesem Spionage-Abwehr-Ding, was die USA gemacht hat, die USA hatten es ja alle spioniert mit einer Software. Und Edward Snowden hat es herausgefunden und an die Öffentlichkeit gebracht. Und nun soll dieser Edward Snowden vor das amerikanische Gericht und, im schlimmsten Fall, hingerichtet werden. Selbst Politiker haben schon gesagt, Edward Snowden muss getötet werden, weil er den Staat verraten hat. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Problem, was ich nicht gut finde, von den Vereinigten Staaten von Amerika, äh, dass sie, ähm, ja, äh, dass die Freiheit eigentlich, oder der Bürger, äh, die, der Bürger eigentlich ein Dreck wert ist. Der Staat, das sind die Bonzen, das sind die Chefs, die können machen, was sie wollen. Ist leider so, muss man wirklich mal so sagen, äh, naja, was soll man dazu machen? Was, was findet ihr? Sagt mal eure Meinung zu Edward Snowden. Was, wie, wie findet ihr die USA, äh, wie findet ihr, dass Edward Snowden zum Beispiel jetzt halt einfach, ähm, wie heißt das, ähm, ja, ja, verhaftet werden soll. Von den USA. Also, ich finde das großer Quatsch, Edward Snowden ist ein Held, ein Internetheld, wie ich finde, und der hat Großes geleistet. Und wird auch hoffentlich noch viel enthüllen. Das war ja damals wie Wikileaks, gell. Plötzlich wurde er wegen Vergewaltigung angezeigt. Oh, plötzlich, oh je, oh je. Wie geht denn sowas? Naja. So. Also, zum Gameplay. Gehen wir mal weiter. Wir haben schon gute Kills gemacht. Gut geballert. Ha. 32 Abschlachtungen, 10 Tode. Und 3 Eroberungen. Ja, das läuft ja heute mal super, Leute. Gute Kills, Leute. Ballern wir alle weg. So. Jetzt bin ich von Edward Snowden hier über die USA, von den Drohnenangriffen hier. Jetzt bin ich schon ein bisschen vom Thema abgeweicht. Obwohl das ja eigentlich mein Thema war. Ähm, ich möchte jetzt einfach mal von euch wissen. Wie steht ihr zu dieser ganzen Edward Snowden Sache, die ja zur Zeit im Fernsehen stattfindet? Und wir können auch jetzt mal über was anderes reden. Zum Beispiel über William und Kay. Das sind diese komischen Prinzen da. Also diese Typen da von England, die ja jetzt schwanger sind. Und dieses kleine Baby da geboren haben. Ist ja auch was Schönes. Habe ich gestern gesehen. Habe ich mich natürlich richtig gefreut. Hm, hm, hm. Ja, klar. Das Baby. Ja, so interessant ist das jetzt auch nicht, dieses Baby. So. Boah. Komm schon. Ja! Ja! Komm, Granate! Oh je, ich hab's gewusst. Granate ist ganz schlimm. Handgranate. Oh je, oh je. So, wir haben noch 2 Minuten 51 Sekunden zu spielen. Aber wir sind trotzdem hier am Verlieren. Obwohl wir gute 39 Kills schon geschafft haben. So. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Äh, ich hab ja zur Zeit ein richtiges Problem, Leute. Und zwar, ich find meinen Personalausweis nicht mehr. Und zwar hab ich den irgendwo verlegt. Ich wollte nämlich heute in das Spielcasino gehen. Weil ich dachte heute, ja, heute gewinne ich etwas. Aber das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Komm schon. Naja, ohne Personalausweis komm ich leider in kein Spielcasino ein. Komm schon. Jetzt wird's knapp, Leute. Wir haben noch 2 Minuten zu spielen. Steht 159 zu 115. Jawohl. Also ich muss schon sagen, großer Respekt an Bast. Iiii. Könnt ihr gerne mal anschreiben, dass er ein gutes Gameplay gemacht hat. So. Einfach so ein PN schreiben. Hey, passt. Iiii. Gutes Gameplay. Hat mir gefallen. Hast gute Kills gemacht. Hast nicht gekämpft. Wir sind uns einig. Kriegst ne. Kriegst nen Keks umsonst. Oder sowas halt. Ja. Sowas halt. Ne, Leute. Bald kommt Ghost raus. Ghost, Ghost, Ghost. Und die Playstation 4 kommt auch bald raus. November ist es ja soweit. Da heißt es ja so. Moin, Leute. Was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und auf der Playstation 4. Das ist das offizielle Intro, das ich da nehmen werde. Oh, guck mal. Da liegen schon die ganzen Dollar. Sowas hätte ich auch gern. So einen richtigen Dollarbündel hier. Naja, dann hätte ich mein Geld. Eine Minute. Eins. Eine Minute 0 und 59 Sekunden. Jetzt geht's ab. Die letzten Sekunden sind immer die spannendsten. Oh. Ich hab ja schon überzogen, Leute. Ich sage auf jeden Fall. Ciao, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ciao.